Wie lange dauert denn das hier noch? Die Monate zum Fußball. Ist doch ne Beerdigung. Freunde, Freunde. Freunde, der ist doch noch frisch. Ich weiß nicht, ob Helga an einem besseren Ort ist. Obwohl, ihr wohnt Halle-Neustadt, ne? Ja, die ist an einem besseren Ort. Wenn ich den Blumenstrauß nach hinten werfe, dann wissen wir, wer der Nächste ist. Jetzt nervt er die Regenwürmer. Oh ne, das ist doch der Werner. Mucho, komm mal, der Werner liegt hier. Und bring Schutt mit, der bewegt sich.